Ja, ihr seht schon, das ist so ein kleiner Bonus-Teil, weil das war jetzt ungeschickt zum Schneiden. Ich wollte auch nicht die Dramatik aus der Szene nehmen und wir haben jetzt hier wieder ein Stück von Chopins Leben, das ich hier vorlesen werde. Und wenn die Zeit nicht reicht, hänge ich dann nochmal ein Komma-Fünfer-Teil dran. Diese herrliche Flies-Mödie in CIS-Moll komponierte Chopin 1835 im Alter von 25 Jahren. Ich werde auch jetzt nichts weiter die Szene mit Klavers kommentieren, ihr habt es ja gesehen, dramatische Sache. Und mal schauen, wie das weitergeht, bin ich echt gespannt. Ich glaube, sterben wird sie nicht, weil ich glaube, sie bleibt ja dabei. Obwohl schön fantasievoll seinem Namen gerecht wird, hatte Chopin nicht vor, dieses Stück zu veröffentlichen. Er bat sogar seinen Freund Julien Fontana, nach seinem Tod die Noten zu verbrennen. Der Grund hierfür war vermutlich die Ähnlichkeit Stücks mit Beethovens Monscheinsonate. Chopin war sich dessen bewusst und sah vermutlich aus Angst vor zeitgenertischen Kritikern von der Veröffentlichung ab. 6 Jahre nach Chopins Tod wurde es dennoch als Opus Nummer 66 herausgegeben. Mit anderen Worten, Herr Fontana hatte sein Versprechen nicht gehalten. Fontana hatte vermutlich lange überlegt, ob er seinen Freund gegeben, äh, hat mich sehr lange überlegt, ob er das seinem Freund gegeben Versprechen halten sollte. Da habe ich mich kurz versprochen, weil ich komplett von dem Text überflutet war in dem Augenblick. Und ob es recht sei, der Welt dieses Meisterstück vorzuenthalten. Auf jeden Fall sollten wir ihm für seine Entscheidung dankbar sein. Wir, die wir heute leben hätten, dann niemals in dieser Welt der Fantasie eintauchen können. Es gab wohl noch viele andere Komponisten, die so wie diese nicht veröffentlicht wurden. Nicht Komponisten, Komposition. Wenn man in damaligen Umständen bedenkt, ist das wohl verständlich. Aber wir können uns glücklich schätzen, dass die Fantasie impromptu erhalten geblieben ist. Wie lang ist dieser Text denn noch dieses Mal? Ich meine, das wurde uns schon dreimal gesagt, dass wir uns glücklich schätzen können, dass es dieses Stück noch gibt. Und irgendwie finde ich, dass es gar nicht so fantasievoll ist, aber ich bin auch kein Klaviermensch. Ja, passiert jetzt noch was? Irgendwie, hallo? Ah, okay, es ist vorbei. Kapitel 4 Grande, weiße, brillante Und jetzt da, weiße, brillante Oh, Polka! There you are! I've been looking all over the place for you, you know. Oh, hi, Beat. I'm sorry about that. Hey, you've been staring at flowers a lot lately. You don't have to be worried. I'm sure Redo and the others are doing okay. Redo's not the type to croak from just falling off a bridge. You have a point there. I'm sure you're right. Thank you, Beat. Still, we were pretty lucky back there, don't you think? If we hadn't been picked up by that Baroque ship, I don't know what would have happened. Thank you so much for helping us like this. Don't mention it. It was nothing. Is there any way we can repay you? You did save our lives. Yeah, you've already done so much for us. Is there anything we can do to help out? This little squirt here can wash dishes for you or something. Hey, no fair! You can't start calling me little squirt just because my hat washed away. At least it sounds like you're all in good spirits, but I'm afraid there's nothing you could help with. Really, you should probably all just get some rest. Oh, and allow me to introduce myself. My name is Crescendo. I suppose you could say I'm the captain of this ship. Huh? Cres... 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 Crescendo? Gee, that's kind of a tough name to say. Couldn't we call you something else? Something easier to say? Beat, please, don't be silly. Besides, I thought you said you were good at remembering people's names. I must say, you're very young to be the captain of a ship. You're a captain? Hey, hold on now. This guy doesn't even have a hook or an eye patch. Hmm. There's no way he's a real captain. I'm sorry, Captain. I apologize for her rudeness. Hey! Maybe I'll just call you Captain for now. I could remember your name, no problem. But you need to show respect to the ship's captain. Feel free to call me whatever you'd like. Really. Well, Captain Crescendo, thank you for your kindness. I think we'll get some rest as you suggested. I wonder if Allegretto and the others are all right. I think I'll go outside. Maybe some fresh air will cheer me up. I don't know. Hä? Pause? Hallo? Oh, mir ist mir wohl das Pad ausgegangen. Jööö dann wurde jetzt heute richtig verwöhnt mit hier drei äh ein Halb oder so ähm folgen äh Eternal Sonata äh ich habe einen Erfolg bekommen und gehe speichern und dann sehen wir uns hier auf diesem Schiff von Captain Crescendo im nächsten Teil wieder Jööö wir sagen bis dann und Und jo, bye bye und so, adios.